Herzlichen Dank für diese freundliche Vorstellung. Ich danke auch herzlich unseren Gastgebern, dem Haus der Kultur und der Welt. Danke Herrn Dr. Scherer, Dr. Göbel und Dr. Scholz. Es ist ein gutes Projekt, dieses Engagement, das Deutschland und einen anderen Teil der Welt miteinander verbindet. Wir treffen uns hier in der Hauptstadt Deutschlands, 21 Jahre nach der Wiedervereinigung und in einer Zeit, in der Angela Merkel und ihre europäischen Kollegen ihre Energie investieren, um Möglichkeiten zu finden, mit der Krise in einiges europäischen Staaten fertig zu werden. Denn diese betrifft die Union als Ganzes. Es sind Augenblicke, die die Kanzlerin als mit die schwierigsten seit dem Zweiten Weltkrieg bezeichnen kann. Diese Botschaft haben wir erhalten. Es handelt sich um eine historische Prüfung. Es geht um das Überleben dieser großen europäischen Union. Und der ehemalige Präsident Brasilien, Luis Ignacio, Lula da Silva, sagte, anlässlich seiner Rede zum Abschluss des Dritten Kongresses für den globalen Fortschritt in Madrid, dass die Welt nicht das Recht habe, zuzulassen, dass die Ego zu Ende gehe. Südamerika durchlebt selbst historische wichtige Augenblicke bei der Gestaltung einer eigenen Physiognomie auf der Grundlage einer Perspektive, die von Konsens und Demokratie geprägt ist. Es sind dreieinhalb Jahre, seitdem unsere Präsidenten und Präsidentinnen den Gründungsvertrag für die UNASUR unterzeichnet haben, eine Vereinbarung getroffen haben über eine gemeinsame Union in Brasilien. Als ich eingeladen wurde, hier nach Berlin zu kommen, um die UNASUR zu vertreten, als Minister Guido Westerwelle mich einlud, an dieser Konferenz teilzunehmen, um etwas über Lateinamerika im Wandel zu sagen, fiel mir als erstes ein, dass es interessant wäre, zu schauen, was wir bei uns in der Region gemacht haben. Es ist eine politische Reife, die wir heute spüren und die es uns erlaubt, uns an einen Tisch zu setzen und zu versuchen, Lösungen für ein gemeinsames Schicksal zu finden. Natürlich sind wir geprägt durch eine gemeinsame Vergangenheit, die Beispiele des Befreiers Simon Bolivar, des großen Ayacucho, Antonio José de Sucre, des Befreiers José de San Martín und andere Helden der Unabhängigkeit fördern in uns nach wie vor die Idee eines großen lateinamerikanischen Heimatlandes, una gran patria americana, ohne Grenzen und im Bemühen um Integration, Einheit und Aufbau einer gemeinsamen Zukunft. Weit im 20. Jahrhundert hinein begannen wir zu versuchen, die regionalen Konfrontationen hinter uns zu lassen. Es begann dann aber ein neuer Zyklus der Schwierigkeiten und der Paralyse. Es war eine starke Abhängigkeit von den USA gegeben. Das Land, was viele von uns als den Polarstern des Nordens sahen, in vielen Ländern wurde das so wahrgenommen. Diese Abhängigkeit macht uns sehr abhängig, sehr anfänglich auch für die Konsequenzen des Kalten Krieges und natürlich auch für das Diktat unter der Überschrift des berühmten Konsens von Washington. Natürlich ist nichtsdestoweniger das Ideal der Integration nie ganz gespundet. Und in diesen historischen Zeiten haben unsere Regierungen immer wieder versucht, sich diesem Ideal anzunehmen. Bedrohung für die Region, für die Stabilität, für die Demokratie waren es, mit denen wir uns immer wieder auseinandersetzen mussten. Wo standen wir nun vor dreieinhalb Jahren? Wir unterzeichnen vor dreieinhalb Jahren die Vereinbarung für den UNASUR auf der Grundlage einer Zusammenarbeit, die vereinbart worden war mit Venezuela und Kolumbien. Es ist die Autonomie von Santa Cruz festgelegt worden und es gab einen wichtigen Moment der Sezession, der ungefähr 60 Tage, 60 Minuten, Entschuldigung, andauerte und der eine enorme Schwierigkeit darstellte für unsere Stabilität, unsere Demokratie. Es gab dann die Konsequenzen dieses Bruches mit den beteiligten Ländern und Nordamerikanern in das Basis von Nordamerika, in kolumbianischen Militärbasen. Seit dem 23. Mai 2. Jahrhundert, als unsere Geburtsakte als Unternehmen unterzeichnet wurde, steht die UNASUR für etwas, was zeigt, dass es unseren Regierungen gelungen ist, sich auch gegen massive Bedrohungen unserer Stabilität, der Stabilität unserer Region zu wehren. Wie ist es aber gelungen, unsere Abhängigkeit zu wenden, eine Institution zu schaffen, die sich mit einer Vielzahl von Themen auseinandersetzt, die das letzte Jahrzehnt in Lateinamerika, in Südamerika insbesondere, geprägt haben, die auch zu sehen sind, im Zusammenhang mit der Schaffung des südamerikanischen Verteidigungsrates im Jahr 2008. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen für die Legitimierung angesichts der Runde der Amerikaner der Defensa in Washington und auch angesichts der Streitkräfte in diesem Teil der Erde. Über den Verteidigungsrat, der geschaffen wurde 2008, ist es gelungen, die Region als Friedenszone zu konsolidieren und vor zehn Tagen gerade wurde in Lima eine fruchtbare Zusammenarbeit der zwölf Verteidigungsminister der UNASUR festgelegt und vereinbart. Man verständigte sich auch auf eine gemeinsame Methode für die Organisation der Europäischen Union. Die Ausgabe, Alam Kee, sagte kürzlich, bei einem Fogum der Siams-Po, dass, wenn es etwas gibt, was der UNASUR wirklich als Erholungschaft bezeichnen kann, dann ist das die schrittweise erfolgende Konsolidierung einer Friedenszone, in der es ein tatsächlich sujet ist, wir sind damit die einzige Region der Welt, die atomar abgerüstet ist und der letzte Konflikt zwischen den Staaten dieser Region, den es gab, war ein Konflikt zwischen Bolivien und Paraguay 1932. Alle anderen Konflikte, die begonnen hatten in Grenzregionen, konnten beigelegt werden und es gab in der Regel nie die Notwendigkeit, mit militärischen Mitteln zu intervenieren. Um eine eigene Doktrin zu entwickeln, haben wir im Mai dieses Jahres unser eigenes Zentrum für strategische Studien und Verteidigung geschaffen, die CEED, mit Sitz in Buenos Aires, hier soll eine gemeinsame Verteidigungsdoktrinie und eine eigene strategische Vision angesichts der großen Herausforderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, die nicht zuletzt auch ökologische sind für unsere Region und die Welt zu widmen. Südamerika ist ja die Region der Welt, in der wir sehr, sehr viele ökologisch wichtige Regionen finden. Es sind dort die Länder der Erde zu finden, in denen es die größte Biodiversität gibt. Dort befinden sich 27 Prozent der Süßwassergebiete des Planeten. Wir haben 8 Millionen Kilometer Wälder und haben Wasserstoffreserven für über 100 Jahre. Wir haben großes Gasvorkommen und wir verfügen über einen großen Reichtum an Mineralien. Marco Aurelio Garcia und Dilma Rousseff beschreiben eigentlich ganz gut, wie sich unsere Lage darstellt. Denn nach den Jahren des sogenannten verlorenen Jahrzehnts erlebt die Region ein ökonomisches, politisches und kulturelles Wiedererwachen. Wir sind nicht länger in die Peripherie der Welt. Wir gehören in dieses neue, multipolare Zentrum der Erde. Das sind eines dieser multipolaren Zentren, die es auf der Erde heute gibt. Auch die EU hat das heute anerkannt. Es sind verschiedene Länder der UNASUR, die wichtigen Wirtschaftsunionen der Erde angehören. Wir gehören zur G20, zu den BRICS, zu den CIVETs und der Handel im Konosur ist zunehmend wichtiger im globalen Kontext. In den letzten 15 Jahren ist der Anteil des südamerikanischen Handels von 6 auf 24 Prozent des weltweiten Handels gestiegen. Und natürlich ist auch die zunehmende Bedeutung Chinas in unserer Region zu nennen. Brasilien wäre ein Beispiel, was man hier nennen könnte. Wenn wir es zeitlich betrachten, dann können wir sagen, dass in den ersten drei Monaten dieses Jahres der Handel zwischen China und Lateinamerika um 44 Prozent gestiegen ist. Und heute einen Wert von 36 Milliarden Euro hat, 47 Milliarden Dollar sind das. Selbst die Zepal geht davon überzeugt, dass China bis ungefähr 2015 die EU als zweitwichtigster Handestpartner der Region ersetzen wird. Natürlich sind es aktuell die USA und Europa, die auch unsere wichtigsten Partner sind. Und vor allen Dingen sind sie diejenigen, die die meisten Investitionen in unserer Region tätigen. Die OECD und die Zepal haben gerade eine entsprechende Studie vorgelegt, die das noch einmal belegt. Benita Ferrero, die Vorsitzende der EULAC-Stiftung, die ich hier ebenfalls herzlich begrüßen möchte und die ich beglückwünschen möchte auch zu ihrer Position und der ich alles Gute wünsche für neue Initiativen der Annäherung zwischen Europa und Lateinamerika, hat gezeigt, dass es durchaus möglich ist, dass der Wachstumsprozess sich fortsetzen kann. Wir haben aktuell durchschnittlich 5 Prozent, das kann sich bis 2018 entsprechend gestalten. Und natürlich sind wir optimistisch auch, was die kommenden Jahre angeht. Wir wissen nicht genau, wie sich das, was wir aktuell erleben in der Welt auswirken wird, aber im Großen und Ganzen sind wir hier durchaus zuversichtlich. Ich möchte übrigens auch Hamburg gratulieren, hier ist ebenfalls ein wichtiger Sitz für die Stiftung eingerichtet worden ist für die Stadt. Eine große Bedeutung, dass sie den Sitz für EULAC stellt. Und damit wird natürlich Hamburg zu einer Art Europäische Hauptstadt für Lateinamerika. Und ein wichtiger Ort für das, was die Stiftung im Rahmen der europäischen-teamerikanischen Zusammenarbeit bedeutet. Sie werden hier selbst noch Frau Ferrero-Walter hören. Insofern fasse ich mich an dieser Stelle mit Blick auf die Stiftung kurz. Ich möchte aber daran erinnern, dass immer wieder angesprochen wird, dass der Konsens des Kono Sur vielleicht diesen Konsens von Washington langfristig durchaus ersetzen kann, wie auch zum Beispiel Christina Fernandes de Kirchner, die Präsidentin Argentinias, kürzlich sagte. Das paradoxe Ergebnis, dass diese Zeit der mageren Küche für unsere historischen Partner EU und USA ein Augenblick ist, in dem sie sich mit Vertrauen nach Südamerika wenden, bedeutet für uns eine Verantwortung. Auch wir orientieren uns am Multilateralismus und auch wir beteiligen uns an der Suche nach einer Lösung für diese Krise. Denn es geht nicht darum, von Sieg zu singen, denn unsere Stabilität ist ebenfalls im Rahmen der Krise zu sehen. Und auch wir werden sicherlich die Konsequenzen spüren. Insofern sind wir davon überzeugt, dass gemeinsames Handeln auf der Tagesordnung stehen muss. Wir haben bereits begonnen mit einigen Maßnahmen, zum Beispiel mit dem Schutz unserer monetären Reserven, die ungefähr 600 Milliarden Dollar ausmachen. Das sind ja sehr hohe Zahlen, von denen hier die Rede ist. Dieses gilt es also zu schützen. Und deswegen wollen wir auch diesen Fonds für die lateinamerikanischen Rücklagen ausbauen, also den lateinamerikanischen Währungsfonds, der robust sein soll, um uns zu helfen in Zeiten der Not. Wir wollen auch eine Förderung der CAF, unsere regionale Bank, zur Förderung der Länder in der Region. Wir wollen mehr Austausch, auch was die nationalen Währungen angeht. Und das wird in Kürze auch vor allen Dingen zwischen Brasilien und Argentinien vereinbart. Wir wollen mehr intraregionalen Handel. Hier wollen wir 20 Prozent noch überschreiten. Das ist ja doch eine bedeutende Zahl für unsere Region, die es aber als eine wichtige Grundlage für die Stabilität in unseren Ländern und auf unserem Kontinent anzusehen gibt. Dann ist es vielleicht wichtig, auch noch einen Schritt weiter zu gehen und eine neue Finanzarchitektur anzudenken. Die Banco del Sur, die bereits von vier der sieben Länder akzeptiert wurde, die sich zu ihrer Einrichtung verpflichtet haben und die demnächst auch von Uruguay übernommen werden, wird, prügt weitere Möglichkeiten eines Austauschs über ein gemeinsames regionales System der Erstattung. Vielleicht ist es für Sie interessant zu wissen, dass am 30. November noch einmal in Brasilien die wichtigsten Instanzen für eine sich im Entstehenden begriffen wird, und wir müssen uns ja auseinandersetzen mit den konkreten Bedingungen bei uns in der Region und müssen versuchen, eine Verbesserung herzustellen. Bei uns leben 124 Millionen Menschen in Armut, das sind 32 Prozent der Bevölkerung insgesamt. 52 Millionen Menschen leben in großer Armut, 13 Prozent. Und das ist natürlich ein großes Problem für unser Wachstum und natürlich auch für die soziale Kohäsion, für den Zusammenhalt und für das Wohlergehen aller. Ich glaube, dass der Kampf gegen die soziale Ungleichheit die größte Herausforderung für diese sich im Aufbau befindliche Union der lateinamerikanischen Nationen ist. Und in dieser wichtigen Dekade, die uns zwingt, Dinge neu zu denken und weiter zu denken, müssen wir uns auseinandersetzen mit einer Vielzahl von Möglichkeiten, um tatsächlich das wachsen zu lassen, was positiv ist. Und damit diese neu geschaffenen positiven Mechanismen sich auch zum Vorteil an all unserer Bürger und Bürgerinnen orientieren. Das heißt, sie positiv auswirken im Bereich der Gesundheit, der Bildung, bei der Beschäftigung und beim Wiederaufbau und der Förderung für unsere ländlichen Regionen. Es ist ein wichtiger Wert, den wir bei uns finden in vielen Bereichen. Und diesen Wert oder diese Werte gilt es zuteil. Es sind wichtige Prozesse der Migration, die stattfinden. Und sie haben ja über Jahrzehnte, auch über viele Jahrzehnte, unsere Migranten empfangen und wissen, welchen wichtigen Wert für Gesellschaften das darstellt. Für uns ist das eine Prämisse. Gabriel Garcia Marquez hat uns gesagt, dass diese Union, die sich in der Unasur verbunden findet, ein Hinweis ist auf einen richtigen Weg. Es geht uns darum, uns immer wieder neu zu erfinden. Lateinamerika ist Ausdruck einer Berufung und einer kreativen Kraft, die unser Vertrauen erfordert und rechtfertigt. Denn unsere Zukunft ist eine, von der die Welt insgesamt profitieren kann. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.